Hallo Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Seros Backstube. Wir machen heute mal hier wieder ein anderes Video, es war aber nichts gebacken und nichts gekocht, denn heute ist ja der 24. Dezember und da wollte ich euch einmal schöne Weihnachten wünschen. Zudem natürlich auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bei mir gibt es heute Abend Raclette, wie eigentlich jedes Jahr. Wir haben dazu natürlich immer etwas Weißbrot, Kartoffeln, jede Menge Raclette Käse, Hühnchen, Rind, Mais, Ananas und was alles so dazugehört. Was gibt es denn bei euch an Weihnachten immer so? Macht ihr auch Raclette oder macht ihr Kalzen oder was sonst noch alles so gibt? Gänse sind ja auch noch immer sehr beliebt. Schreibt es ja gerne mal in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. Nun hoffe ich habt ihr einen schönen Abend, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.